Grüß euch! Servus! So, neues Projekt. Ich bin schon am Ort des Geschehen, bin rückgewogen und schon an dir bin ich unterwegs. Jetzt steigen wir da mal an und schauen wir mal, was da hinten liegt. Ich bin entspannt, ob es draufkommt und was das geht. Ansonsten möchtest ich euch anschauen, was wir draus machen. So, mein rückgewogen wieder unterwegs und da liegt es da, das Zeug. Wie ihr erkennts. Wie ihr erkennts. Wie ihr erkennts. Spätestens jetzt. Spätestens jetzt müsst ihr es erkennen, wo es ist. Lärchen. Eins, zwei, drei, vier. Wunderbar. Schaut es euch an. Wahnsinn. Unglaublich. Schöner Herzriss. Herzriss. Lärchenherz. Da nehme ich aber sowas und tue es ins Meile. Besser als irgelich ein Kaugummi. Und jetzt schauen wir mal, ob wir es rüberbringen im Rückgewogen. Tschüss. Jetzt geht's. Besser als irgelich. Schauen Sie mal, um Säure, bis zum Schubel. Fischie. Fischie. Und jetzt schauen wir mal, ob wir es hierher kommen. Schauen Sie mal, dass ich zum Schubel. Besser. Scholarz. Schubel es. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So, jetzt guckt man der letzte hier jetzt stumm, aus dem schwarzen. Ah, ich hab schon schwarzen, ich halte mich da. Ich hab schon schwarzen. Ah, ich hab schon. Ich hab schon schwarzen. Ja, 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 kommt der schon. Ja, ich hab schon gesperrt. Ist schon einiges gesperrt hier. Aber das passt. Wunderbar. So, und jetzt schauen wir mal noch einen. Weil der gestoahner ist. Da stehen noch ein paar Lärchen herrinnen. Wunderbar. Im Winter haben die Lärchen trostlos, weil sie einfach nur noch fallen lassen. Da ist er gestanden. So, die 2-3 Neste, die da noch da liegen, den nehm ich noch mit, weil dann ist von dem Baum alles verwertet. Das ist die Hauptsache. Das Wichtige daran. So, jetzt habe ich die Baja Neste anzu. Fallkerb nehme ich auch mit, dass gar nichts zurückbleibt. Wäre schon dafür. So, und auf nach Hause. Und dann lassen wir es ab. Jawoll! Alles pfitscht. Wieder mal ein Regendurch. Im Frühjahr ist es einfach trostlos in Deutschland. Aber trotzdem haben wir vorgenommen, wenn es ringt, mache ich Schindeln für mein Projekt. Stempel haben wir schon geholt, habt ihr gesehen. Und jetzt greife ich an, dass ich das erste Mal da Schindeln mache. Ich habe noch nie Schindeln gemacht. So, da haben wir die Lärchen da. Und jetzt zählen wir einmal die Jahresringe, weil das würde mich schon interessieren. Weil all das ist. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, und dann, zwei, drei, vier, 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 Weitereinander, heißt schnell gewachsen und umso weiter das Wasser kommt, umso enger sind sie beieinander, also umso langsamer gewachsen. Das ist auch perfekt für die Schindeln, weil wir Spalten in Kehren weg und in Splint weg, der ist eh bloß der Hallidol, das ist der Splint, dann Spalten wir auch weg und das Dunklere, das werden alles schindeln. Also das heißt, der ist immer eh weg, weil der Jahresringe auch zweit auseinander, das ist so unwiderständig, wie sagt man, unwiderständig, ja ist wurscht, ihr wisst was ich meine, und die sind schön nah beieinander, da ist schön widerstandsfähig das Holz. So, was habe ich da noch, die zwei Stammen, die werden schindeln, die zwei, was ist wichtig an einem Schindelbaum, Rindenbild, soll ganz gleichmäßig sein, wenn man sich das anschaut, jetzt hat es schön draufgekriegt, da sieht man es wunderbar, dass das gleichmäßig ist, wenn jetzt der ein bisschen links oder rechts trolle hätte, die Rinden, ist kein guter Schindelbaum, das ist ein Drehwuchs, dann lässt sich den nicht spalten, der kostet einen Wulch da spalten, das sagt er. Aber der, ja der ist ein bisschen grumberer, aber das macht nichts, wenn wir eh da 40 Zentimeter jetzt dann runter schneiden für die Schindel, die werden 40 Meter lang, passt, und der da, der hat man schon zu viel ist, jetzt wenn man da reinschaut, da ist ein Nost, da ist ein Nost, da ist ein Nost, das kostet schon nicht mehr für die Schindel hernehmen, weil das kostet nicht Spalten, der bleibt bei Nost dann hängen, das wird keine gute Schindel nicht, und die haben sowieso nichts da, also der die werden da, der wird sowieso nichts, aber trotzdem, und der, die, die, die drei, die vier, eins, zwei, drei, vier, die werde ich am Sechiberg noch aufschneiden, weil es hilft ja nicht, die werden halt noch schöne Lattl oder Lähen oder schöne Kantwitzl, wunderbar, kannst du auch brauchen, welche die ist, die zwei drinnen da, fünf Meter lang, perfekt für die Schindel, schauen wir mal, wie viele Schindel da wir rausbringen, ob es gelangt, weiß es nicht, schauen wir mal. Zuck, aus, jetzt geht's nochmal, ja, langsam, jetzt gerade hoch ist, nein, ja, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020